Unser Land Unser Land ist wertvoller als euer Geld. Es wird immer da sein. Nicht einmal Feuer kann es zerstören. Solange die Sonne scheint und Wasser fließt, wird dieses Land bestehen und Menschen und Tieren Leben spenden. Wir können das Leben von Menschen und Tieren nicht verkaufen. Daher können wir auch das Land nicht verkaufen. Der große Geist hat es für uns erschaffen und wir dürfen es nicht verkaufen, denn es gehört uns nicht. Ihr könnt euer Geld zählen und es verbrennen und ihr braucht dazu nicht länger als ein Büffel, der mit dem Kopf nickt. Aber nur der große Geist kann die Sandkörner und Grashalme dieser Ebenen zählen. Als Geschenk werden wir euch alles geben, was wir haben, alles, was ihr forttragen könnt. Aber unser Land Niemals.